Wir als eure Fan des Vertrauens beantworten heute auf alle Fragen, die gleich auftauchen. Vielleicht fragt ihr euch zum Beispiel, was passiert im Tragteil mit der Kamera. Ich würde euch auch sagen, die Kamera ist nur Tarnung, das ist eigentlich eine transportierende Seilbahn und die wird heute im Laufe des Tages den FOH-Platz, das ist der Technikerplatz, mit alkoholischen Getränken versorgen. Das heißt, da kann man dann hier oben so Körbe einhängen und die fahren dann darüber, weil die Techniker natürlich in der Hitze, die ist ja schon seit Tagen hier am Start, das ist auch mal ein Applaus wert, oder? Müssen versorgt werden. Warum sind wir heute hier? Warum sind wir wirklich? Ihr habt es genau gesehen. Einer der großen Unterstützer ist Lotto. Und da fragt man sich, Lotto, die unterstützen so eine Riesennummer, wo kommt das Geld her? Wir verraten es euch. Einer, der seit Jahren in Lotto investiert. Unser Wasser am Saxophon. Und weil er am Intervention-Freund ist, zahlt er immer viel, nimmt aber nur ganz wenig zurück. Ganz wenig. 3,20 Euro beim letzten Mal, glaube ich. Da haben wir sofort einen drauf gemacht.